So, heute gibt's schonmal einen Guide, wie ihr mit relativ wenig Zeitaufwand relativ viele Angel-Coins farmen könnt. Ich muss allerdings dazu sagen, es ist nichts, was man jetzt direkt morgens nach dem Einlocken machen sollte, weil damit verbaut man sich vielleicht auch ein bisschen was in Bezug auf die Daily Dungeon Runs. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendeinem Abend online seid und habt zum Beispiel hier noch ein paar Runs übrig, also in den Solo-Dungeons, dann ist das meiner Meinung nach eine richtig gute Idee und ein richtig guter Weg und kann ich eigentlich nur empfehlen. Was immer generell speziell vor, im Prinzip geht's hier um diese schicken Dinge hier und normalerweise farmt man Kaskade pro Stunde, ich weiß jetzt nicht genau, was man momentan so farmt, was die Meter ist, ich glaube so 1000, 2000 ungefähr, also jetzt nicht so extrem viel zumindest. Allerdings gibt's einen kleinen Weg, wie ihr hier in Ragefire relativ viele farmen könnt, den wirklich mit nahezu kaum Zeit empfand und ja, also im Prinzip Ragefire, dieser Dungeon, dieses Solo-Dungeon da, der hat diese kleine Besonderheit, dass er am Anfang direkt zwei Kisten hat und dazu kommt auch noch, dass hier wirklich diese ganzen vielen Mobs da stehen, also diese 130er Mobs, die sogar ziemlich gut diese Jobs droppen, diese Coins halt, ähm, genau, hier kommt eben die Angel-Coin-Box raus, hier können zwischen 50 und 150 Angel-Coins drin sein, und, ähm, also im Schnitt quasi 100, ihr könnt hier hinten dann nochmal eine andere Box holen, also mit ein bisschen Glück zumindest, und, äh, das würde natürlich dann schon mal ungefähr, also, wie gesagt, wenn da eine drin ist, 100 pro Box geben im Schnitt, und, ja, also, schon mal nicht schlecht. Schauen wir, ob da was drin ist, und ihr müsst euch bedenken, ihr könnt diesen Run dreimal am Tag machen, oder? Dreimal was? Dreimal am Tag, genau. Das heißt, ihr geht hier quasi hin, sagen wir, dass ihr Glück gehabt habt, haben wir nochmal eine Box bekommen, also hier diesen kleinen Abschnitt könnt ihr euch eigentlich auch sparen, dass jetzt nicht mehr so viel was da rauskommt, ähm, ich mein, es gibt so ein, zwei Abschnitte, äh, in diesem Dungeon, wo hier so ein, so ein fetter Haufen ist, wenn ihr das gemacht habt, im Prinzip, hier ist es schon zu Ende, einfach wieder raus, wenn das Aoe endlich mal hier vorbei wäre, offiziell, so, geht wieder rein, dann und graded. Wie gesagt, wir haben jetzt hier bei 55 angefangen, wir haben jetzt aktuell 155, das heißt, wir haben jetzt 100 gefarmt, äh, also, aktiv gefarmt durch die Mobs hier, und passiv waren das Ganze jetzt quasi nochmal, nochmal 200 im Prinzip, also die erste Run, natürlich jetzt mit extrem viel Glück, wegen diesen zwei Boxen, normalerweise kommt die nicht so oft ein raus, hier zum Beispiel kam gerade nichts raus, äh, im Prinzip der erste Run, das war einfach 300 Angel Coins in, zwei Minuten oder so, etwa, also wirklich, die Zeitaufwand ist halt echt sehr gering, und ich mein, auch wenn ihr jetzt eben keinen Bock mehr habt auf Live, wenn ihr eben offline geht und so, dann könnt ihr halt super hier mit, äh, äh, ja, einen ganzen Watzen hier mit Farmen, muss dazu sagen, es laufen momentan keine Angel Buffs, äh, keine, Anarchie, äh, warte mal, Anarchie, Anarchie Skills, Anarchie Buffs, Angel Buffs, wie heißen diese Dinge hier, Anarchie, Anarchie Buffs, und normalerweise könnt ihr noch ein bisschen mehr raustroppen, äh, wie gesagt, jetzt machen wir jetzt momentan nichts an, äh, weil ich, ähm, das Ganze hier jetzt gerade relativ früh aufnehmen, aber, da gibt es nochmal diverse Buffs, die das Ganze nochmal steigern und so, ähm, mit dem Guild Buff, wir werden sehen, wo ist denn der andere Guild Buff, hier, den All-Rounder Buff haben wir jetzt momentan an, deswegen kriege ich vielleicht ein bisschen mehr als sonst, aber, wie gesagt, ist noch auf alle Fälle Luft nach oben, und, ja, so, das war Run 2, und, dann machen wir Run 3, ich weiß nicht genau, was die Droprate von diesen Boxen ist, ich glaube, es ist nicht übertrieben hoch, also man wird jetzt hier, keine Ahnung, wird es nicht übertrieben viel wahrscheinlich kriegen, aber, ich meine, wenn man diesen ganzen Dungeon halt eben durchmacht, dann kriegt man natürlich noch ein bisschen mehr, und ich würde es auch euch raten, ähm, den komplett zu machen, also jetzt hier irgendwie nur diese 3 Boxen, äh, halt eben, diese 3x-2 Boxen, wie gesagt, es ist halt so eine, so eine Sache, kann man machen, wenn man eh offline geht und so, weil, so ein Zeitaufwand von, vielleicht knapp über 5 Minuten, da ist es halt im Prinzip meiner Meinung nach wirklich wert, weil, anders, andersweitig kriegt man halt so schnell diese, diese Coins halt nicht, und, eben halt, gerade für Anfänger ist natürlich eine richtig coole Idee, und richtig cooler Weg, ein bisschen was zu farmen, ich meine, Dinge kosten 550k pro Stück, und, das ist natürlich schon, gar nicht mal so wenig für einen Anfänger, also, würde ich halt zumindest mal sagen, kann man, kann man sich überlegen, und auch wenn man jetzt noch nicht den Mitboss schafft, oder die Mitbosseschaft, kann man halt trotzdem damit noch mal ganz gut was farmen, und, ja, so, machen wir die mal auf, 134, 83, und 81, relativ average, dann sind wir jetzt bei, was sind die Dinge zum, hier, 619, also ungefähr 500, 560, äh, Angel Coins hat es jetzt gegeben, in, 5 Minuten, hochgerechnet auf eine Stunde, wären es jetzt hier, wie viel, Sekunde, äh, gleich mal 550, mal 12, hochgerechnet auf eine Stunde, wären es jetzt beispielsweise, 6600 Angel Coins, und, auch wenn man jetzt denkt, so, ja, ist nicht viel, aber hochgerechnet auf eine Stunde, ist das wirklich ein richtig fetter Batzen, und, äh, ich weiß nicht, 550 mal, wie viel, Sekunde sind die wert, äh, 550k, macht einen Wert von, 3 Perrin, das ist nicht schlecht im Prinzip, ja, ansonsten, danke fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal,